Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki. Ich bin der Daniel, das ist der Sascha, der Esel im Zimmer zuerst. Richtig. Und wir haben heute wieder Daily-Zeit und wir reden heute über den 16. Oktober. Wir haben heute ein Geburtstagskind. Tim Robbins. Ah, kenne ich Schauspieler. Die verurteilten. Genau. Und auch Regisseur. Mehrfach Oscar prämiert. Ja? Ja. Okay. Habe ich noch auf dem Schirm, wie der aussieht. Aber jetzt so der große, große Star ist er auch nicht. Ne, ist er nicht. Den Geburtsort kennt man eigentlich auch nicht, wenn ich das so. Best Covina in Kalifornien noch nie gehört. Das wird irgendein Vorort sein. Ja, na gut. Ist, ja. Wichtig ist, er war Regisseur bei The Dead Man Walking mit, ähm... Echt? Wie hieß er noch? Komm nicht drauf. Hm. Das ist blöd, wenn du nicht drauf kommst, ne? Hätte ich nur meinen Mund gehangen. Hättest du doch gesagt, genau. Erstmal drei Sätze weiterdenken und dann erst anfangen zu sprechen. Ja, richtig. Kann ich es richtig ausführen oder komme mich ins Stocken. Hm. Ja, ist so ein Tipp für die Zukunft. Ja, genau. Fakt ist, er hat bei Dead Man Walking Regie geführt und dafür hat er auch einen Oscar gekriegt. Super Sache. So ist es. Am 16. Oktober 1964 testet die Volksrepublik China ihre erste Atombombe. Okay. Wenn ich das so machen würde wie du, dann würde ich sagen, ähm, in, ähm... Ah, komm ich nicht drauf. Na gesagt. Äh, komm ich... Weißt du es? Nee. Nee, äh, steht nicht in den Unterlagen, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber erst mal auf dicke Hose machen, weißt du? Ich wollte es ja nur so machen wie du. Oh Mann. Also wenn jemand weiß, ja, ähm, was wolltest, was wolltest du nochmal sagen? Wenn jemand weiß, wer Jean Pen ist, ja. Jean Pen? War das? Kommst du jetzt drauf? Achso, Jean Pen war es. Genau. Aber wenn jemand weiß, wo die erste Atombombe, äh, chinesische Abstammung, getestet wurde. Ja, äh, getestet worden ist. Ja, schreibt das mal in die Kommentare hier rein. Ja. Weil das, äh, würde mich jetzt gerade mal interessieren. Das habe ich gar nicht... Da gibt's auch was dafür, oder? Kannst du einfach so verlangen von jemand. Nee, das machen wir so. Äh, und am 16. Oktober haben wir noch was anderes? Ja, und zwar, ähm, das Wunder von Bern, in der Verfilmung. Achso. Äh, Kinostart, 16.10.2003. 16.10.2003, das Wunder von... Hast du gesehen, das Wunder von Bern? Äh, habe ich kurz reingeguckt, aber ich hatte wenig Zeit. Also war kacke. Im Kino sowieso, ja, ja. Ja, also war nicht, das war auch nicht so dolle. Ja, nee. Es ging, jetzt war ja für die Zeit war es in Ordnung, irgendwie 2003, hat auch irgendwie so ein Grad so ein Boom. Das war kurz vor der WM, ne? 2006 war ja die WM. Ja, das ist... Der ganze Film ist ein Drittbrettfahrer, wollen wir da mal ehrlich sagen. Ja, gut platziert, äh, von der, von der Zeit her, aber wirklich nicht so dolle. Ja. Also, pfff, vor allem weiß man, wie es ausgeht. Ja. Ist ja wie Titanic. Ist wie bei Titanic. Ja, ja, ja. Das ist, bei Titanic im Kino zu sitzen und wenn der Pott nachher untergegangen ist, da zu sitzen und zu sagen, das hätte ich nicht gedacht. Im Stil von Mario Bart. Ja, genau. Ja, das war der 16. Oktober. Am 16. Oktober, äh, äh, haben wir jetzt ganz viel gelernt über Jean-Pen, Tim Robbins, über die erste Atombombe in China und natürlich über das Wunder von Bernd, dass es ein Kackfilm ist. Juhu. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 17. Oktober. Ich sag, Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 18. Oktober, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.